Eine Wurzelkanalbehandlung ist oft die letzte Rettung F1,25 R einen stark beschadigten oder infizierten Zahn. Obwohl viele Menschen Angst vor diesem Eingriff haben, ist es wichtig zu verstehen, dass eine Wurzelkanalbehandlung nicht nur Schmerzen lindern kann, sondern auch dazu bei TraGT, den Zahn zu erhalten und weitere Komplikationen zu vermeiden. In diesem Video werden wir Schritt F1,25 R Schritt erklären, wie eine Wurzelkanalbehandlung durch Gefahr ein Viertel HRT wird und warum sie F1,25 R die Gesundheit ihres Zahnes von entscheidender Bedeutung ist. Schritt 1, Diagnose Der erste Schritt bei einer Wurzelkanalbehandlung ist die Diagnose einer Infektion oder Enzaheinviertelndung im Inneren des Zahnes. Oft treten Symptome wie anhaltende Zahnschmerzen, Schwellungen im Bereich des betroffenen Zahnes und Empfindlichkeit auf Haie oder kalte Getränke auf. Ihr Zahnarzt wird eine GAA in viertländliche Untersuchung durch Verein Viertel Renn und RA Entgehen Aufnahmen machen, um festzustellen, ob eine Wurzelkanalbehandlung erforderlich ist. Schritt 2, Lokalanästhesie Bevor mit der eigentlichen Wurzelkanalbehandlung begonnen wird, wird der betroffene Zahn und das umliegende Gewebe mit Lokalanästhesie Btau Bt, um Schmerzen wachrend des Eingriffs zu vermeiden. Ihr Zahnarzt wird sicherstellen, dass sie sich wachrend der gesamten Behandlung wohl und schmerzfrei FA in viertlern. Schritt 3, Zugang zur Wurzelkanal-EN Nach der Beta-Ubung wird Ihr Zahnarzt den betroffenen Zahn isolieren und einen kleinen Zugang zu den Wurzelkanal-EN schaffen. Dies geschieht in der Regel durch Bohren eines kleinen Lochs in den Zahnschmelz, um Zugang zum Zahnnerv und den infizierten Geweben zu erhalten. Schritt 4, Entfernung des infizierten Gewebes Sobald der Zugang zu den Wurzelkanal-EN hergestellt ist, wird Ihr Zahnarzt das infizierte Gewebe, Bakterien und abgestorbene Zellreste aus den Kanal-EN entfernen. Dies geschieht mit Hilfe von speziellen feinen Instrumenten, die das betroffene Gewebe GA in viertlernendlich reinigen und desinfizieren. Schritt 5, Reinigung und Desinfektion der Wurzelkanal-EN Nachdem das infizierte Gewebe entfernt wurde, werden die Wurzelkanale GA in viertlernendlich gereinigt und desinfiziert, um sicherzustellen, dass alle Bakterien beseitigt werden. Ihr Zahnarzt wird spezielles paar Einviertelungen und desinfizierende Lasungen verwenden, um die Kanale vollsterendlich zu reinigen und eine erneute Infektion zu vermeiden. Schritt 6, FA-Einviertelung der Wurzelkanal-EN Sobald die Kanale sauber und desinfiziert sind, werden sie mit einem speziellen FA-Einviertel-Materialgefahr-Einviertel-LT, um zu verhindern, dass sich erneut Bakterien ansiedeln. Dieser Schritt trage T dazu bei, den Zahn zu stabilisieren und seine Struktur zu erhalten. Schritt 7, Versiegelung des Zugangslochs Nachdem die Wurzelkanale Gefahr ein Viertel-LT sind, wird der Zugang zum Zahn mit einer speziellen FA-Einviertelung oder Krone versiegelt, um sicherzustellen, dass kein weiterer Schmutz oder Bakterien in den Zahn gelangen kann. Diese Versiegelung scha ein Viertel-TZT den Zahn vor weiteren Infektionen und hilft, seine Gesundheit und Funktionalität wiederherzustellen. Durch eine Wurzelkanalbehandlung kann den ZA nie gerettet und erhebliche Schmerzen gelindert werden. Es ist wichtig, regelmaarige zahnarztliche Untersuchungen zu planen und Anzeichen von Infektionen oder Enzah-Einviertel-Lendungen im Zahn-Fahr-Einviertel-Seitig zu erkennen, um eine Wurzelkanalbehandlung rechtzeitig durchfahrein Viertel rennen zu lassen. Ihr Zahnarzt wird Ihnen dabei helfen, den richtigen Behandlungsplan FA-Einviertel-R ihre individuellen Bäder-Einviertler-Fnisse zu erstellen und sicherzustellen, dass Sie sich wachrennt des gesamten Eingriffs wohl und sicher FA-Einviertel-Len. Insgesamt kann eine Wurzelkanalbehandlung dazu beitragen, Ihren Zahn zu retten und seine Funktionalität wiederherzustellen. Wenn Sie weitere Fragen zur Wurzelkanalbehandlung haben oder einen Termin mit einem erfahrenen Zahnarzt vereinbaren, Matt Sten, zahre gern Sie nicht, sich an Ihre artliche Zahnarztpraxis zu wenden. Ihr Latzschellen und Ihre Zahngesundheit liegen im guten Haden.